Und nun Thomas Wegmann aus der Schweiz im Hindernis 2. Thomas Wegmann ist ein bekannter Marathonfahrer, einer der weltbesten Marathonfahrer. Aha, fährt auch die lange Route. Und Ausfahrt aus dem Hindernis 2. Ja, fährt sehr zügig. Und Ausfahrt aus dem Hindernis 2. Thomas Wegmann aus der Schweiz. Ein Wahnsinn! Und das ist Thomas Wegmann im Hindernis 3. Nach der größten Masen bei der Ausfahrt im Hindernis 2. Ich weiß nicht, ob ich es ganz am Film drauf hab. Von lauter Überraschung. Und 10 Sekunden über der bisherigen Festzeit. Sehr gut. Und Ausfahrt. Nun der Robert Schober ins Hindernis 6. Ins Wasser hinten ist. Bis jetzt ganz gut gegangen. Bis jetzt ganz gut gegangen. Bis jetzt. Bis jetzt! Bis jetzt. Jawoll, nun die Ausfahrt, sehr gut. Jetzt kommt noch der letzte Fahrer, Thomas Wegmann aus der Schweiz, den Waldmannhof. Und nun kommt Thomas Wegmann aus der Schweiz, hinten ist 6. Und Ausfahrt, kurz genommen, schnell wurde er dran, jawoll. Und das war der letzte...